Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier vom Kanal FELIXITRON. Und ich muss anders spielen. Stimmt das sicher nicht wie bei Pokémon Let's Go Evoli. Ich wollte wieder mit einem Controller spielen. Super Mario Bros. Deluxe. Es ist eigentlich fast so wie... ...hallo. Das machen wir später. Es ist eigentlich fast wie Super Mario Bros. U. Nur, dass zwei neue Charaktere dazu gekommen sind. So, Toadette und der Dieb dahinten. Ich weiß nicht wie der heißt. Aber nicht klar, aber weiter geht's. Hm, was soll ich... Neu, neu, neu. Nein, das neu. Allein. Zwei, drei, vier... Nein, wir spielen alleine. Oh! Fürs Erste sind wir mal Mario, dann kommt Luigi, dann Toad, dann Toad und dann Toad und dann Mops. Mopsi. Ist ja leicht, leicht. Na ja. Kommen wir mit Toad an, würde ich sagen. Ich mag Toad. Wie sieht's denn los? Es beginnt. Oh! Was ist los? Bowser! Lemmy! Iggy! Larry! Nein! Wichtig! Wichtig! Weg damit! Hoho! Ihr seid aber sehr hard zones. Genau, und jetzt werden diese neuen Items. und die hier. Aber das ist eh wie Super Mario Bros. You. Oh nein. Wir müssen schnell wieder zurück. Eieiei, das ist ja mal weit weg. Bis das passiert ist Peach schon längst gefangen. Ja, es geht los. Wir spielen Toad. Er schickt sie weg in verschiedene Länder. Und wir folgen Lemmy. Wir verfolgen Lemmy. Wohin fliegst du? Das ist eine komische Lache. Er ist der erste Boss sogar. Und hier ist der Miniboss. Und hier ist Toad. Eichenhain. Auch im ersten Level. Toad, du siehst komisch aus. So klein. Overtüre im Eichenhain. Ja. Bitte mach dich groß. Back. Ach. Ähm. Warte mal, kann man hier rein? Nein, kann man hier rein? Nein. Man muss immer die Röhren checken. Vielleicht kann man hier irgendwo rein. Anlauf. Anlauf. Mach meinen Anlauf. Achso. Pepper. Yay. Oh, du schaffst das. Danke. Die Röhre sieht verdächtig aus. Ja. Habs doch gewusst. Sind wir in einer Höhle? Ja. Und ihr merkt schon, das ähnelst her. Super Mario Bros. You. Aber trotzdem, es heißt Deluxe. Das hat auch bestimmt noch was zu bedeuten. Nein da. Hallo. Danke. Ey, wir haben was vergessen. Münzenparadies. Yay. Blumen sehe ich da oben. Nein. Wie kommen wir da raus? Null Ahnung. Ah. Nein, da kommt noch. Ey, das ist meiner. Weg. Haha. Ich mach das Spiel jetzt schon. Ehh. Ehh. Yay. Weimelgang. Oh. Wir kommen nicht weiter. Das ist 100%ig. Nein. Was mach ich? Ich bin so ein Hirni. Ich verliebe mich aus. Wir müssen jetzt von vorne anfangen. Ich denke schon. Nein. Ehh. 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 Danke. Haha. So, und jetzt müssen wir wieder hier rauf. Und diese Münze einfangen. Und diese Münze einfangen. Zapp. Hier ist auch ne Münze drin. Wie wir wissen. Also schnell hier rein. Jetzt bin ich schon beim ersten Level. Ich bin so versprochen. Ähh. Ehh. 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 o- Ehh. 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 hier rein. Nein. Oh. Yes. Können wir hier? Können wir München fahren? Wir kommen ein! Okay. Wir versuchen jetzt... Das ist ja so mein Wohnwünster. Ja! Hallo. Ich brauch das. Danke. Zack. Entschuldigung. Mein Fehler. Muss ich so weiter... Oh. Ähm. Ja. Probier's trotzdem. Ja! Und, versuch, wer hat... Wär wir geschafft. Aber bitte werd wieder groß. Du siehst so klein, so gehämmert aus. Ich mag Toad, aber bitte werd groß. Yay. Geschafft. Das fühlt sich cool, oder? Inventar. Meine Eltern ist vorhanden. Genau. Karten an sich... Oh! Hier ist auch was. Hier ist... Ja, okay. Hier... Ich hab nichts gesehen. Was ist im Gift? Hier ist der Gigi im Wasser. Wer ist hier... In den Steinen ist er. Hier ist hundertprozentig... Hier ist der... Hier ist der... Ja. Und hier? Oh, so. Oh, so schief ich dennoch am größten. Schiefes Bergwerk. Oh nein. Bergwerk. Ja, das fängt schon mal schlimm an. Danke. Okay. 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 Rein geht's. Ui! Dö, dö, dö. Dö. Ich schieße jetzt hier einen rauf! Okay, dann muss ich halt raufspringen und einen. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin, um da rauf zu rüpfen. Wer bin ich? Okay, Freunde. Wir versuchen es. Wir schaffen es! Ja, aber ich musste ja rauf! Es gibt keinen anderen Weg. Okay, Freunde. I have a plan. Und zwar, wir rennen und dann springen! Jetzt! Mann! Lass mir doch mal eine coole Supergrau... Okay, was ist da? Hilfe! Danke! Äh! 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 Bäm! Was schwein! Ich hätte mir schon gedacht, ich fall in die Pflanze rein. Häppah! Jetzt wollen wir jetzt hier rein. Schneller! 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 Ja, ja, ja. Gut, und jetzt darf ich hier so drüberspringen und hat mir nichts gebracht. Okay. Komm! Danke. Oh, die Zeit geht uns auf. Es geht ja auch um Zeit. Stimmt. Nein! Mann! Lass mich doch! Ach so. Tut mir leid, Toad. Los, wieder rein. Jetzt haben wir noch sieben Versuche. So. Hier starten wir ja wieder, weil wir hier einen Checkpoint geschätzt haben. Die kann man verlassen werden nicht. Und... Wo der ist? Mir! Du gehörst auch mir. Wie dann gehörst du mir. Okay. Wenigstens getroffen. Da war ernsthaft nur eine Münze drin? So. Äh. 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 Danke. So. Nein! Was tue ich? Hoffentlich ist Level schon aus. Bitte. Heute. Ja. Do you want it? Nein. Das hat ich nicht geschafft. WUH 점z! Das ist die Spiel. Doch. Du bist der Winner. Wie deine Arme sehen komisch aus. Nicht gegen dich, aber... Naja. So! Nächstes Level... TOTOS! Oh! Oh! Help me! Ich komme, Peach! Obwohl TOTOS gar nichts angeht! Nur Mario! Ich versuche es! Als erstes gehe ich mal in mein Haus. Oh! Ist nicht mein Haus. Wähle einen Block aus und du bekommst das Item, das sich darin versteckt. Aber jetzt wird erstmal gemächt. Hoffentlich habe ich da kein Bowser. So! Merkt man einfach, wo der Bowser ist. Man weiß nicht, dass ich nicht Bowser, okay? Ja, Krone! Hallo! Ich möchte... Genau! Das wusste ich! Das hat dir echt gelungen. Klasse! Okay, dann brauchen wir Toadette und dann kann sich Toadette in Peach verwandeln. Ja, es hört sich komisch aus, aber... Es stimmt. Mhm. Ja, ich weiß. Das haben wir schon versucht. Ähm... Nur für Toadette. Ja, hätt's mir gedacht. Rein! Nein! Nein! Echt ein Risiko im Ritzelturm! Oh, Mensch. Ich hasse diese Musik. Bambam! Bada bada rum. Bambam! Ja! Friere! Perfekt! Ich bin nicht... Ich bring nicht so schnell wie... ...Normale. Äh! Ne! Danke! Ich bin der Stärkste! Ich glaub, dass wir keine... Häh! Und das ist müh. Take this! Nimm! Ja! Nein! Jetzt bräuchte ich's doch wieder! Ja! Ja! Ähm! Ähm! Sollte von Scherz sein! Das brauche ich wirklich! Oh! Oh! Das könnte mich sogar zugleichen! Ja! Yay! Checkpoint! Boah, ist richtig schnell! Eine Münze pro Runde! Pro Sekunde! Wenn du dich wieder aufbaut, dann kann er sein Rosti anheben! Nee, ich wollte ihn mitnehmen und dann hier ab! Hilfe! Nein! 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 Das habe ich gemeint, da darf man nicht rein! Also, kann man also nicht mal runter? Oh! Okay! Mann! Ich muss jetzt klein gegen ihn antreten! Und sich nicht steuern! Okay! Hilfe! Ich würde gerne das Inventar öffnen! Oh! Hilfe! Hilfe! Hilft mir doch keiner! So helft mir doch! Oh! Was muss man tun? Äh! Äh! Ja! Genau das muss man tun! Ja! Wir haben es geschafft! Jetzt für... So für... Ich habe die Klärung! Jedes Video wird so circa 25 Minuten dauern! Also... Nicht so lange! Oh! Das ist mega riesengroß! Okay! Ja! Oh! Weg! Weg! Ja! Pilz! Tschüss! Loser! Ja! Ja! Und jetzt hier rein! Jetzt hier abspringen! Und... Wir wollen hier aufpassen! Wir wollen nicht das klein... Oh! Das war knapp, Freunde! Ähm... Hepp! Rein da! Toad! Du wirst es schaffen! Nächste Folge wird Toad dead kommen! Ohohohoho! Lass mich! Ähm! Nein! Das zählt! So einfach wäre es gewesen! Yay! Wir sind die Kings of the... Äh... Eichenheim! Wir sind King of Eichenheim! Bam! Tschüss! War nicht schön, dich bekannt zu haben! Ja! Ja! Bitte speichern! Hier geht's zum Dinosaurier! Aber das... Was war das? Jiiiiiii! Wir haben eine Eichel bekommen! Okay, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Partys! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Lasst einen Like da! Abonniert meinen Kanal! Das würde mich sehr freuen! Bis dann! Und tschau dir die Bounder! Es macht so Spaß!